Leute, was geht? Wir sind heute beim Punchline-Quiz mit Charisma. Hey, was geht? Alles gut bei dir? Ja, danke bei euch. Auf jeden Fall, danke schön. Ich hoffe, du hast genauso Bock wie wir. Ich habe auf jeden Fall Bock. Es ist eine Challenge für mich, aber let's go. Weil du hörst nicht viel Deutschrap? Nein, ich höre nicht so viel Deutschrap, aber es gibt auf jeden Fall ein paar nice Sachen, die ich mir gebe und ich hoffe, ich erkenne einfach ein paar Sachen. Auf jeden, wir sind mal gespannt. Wenn du willst, kannst du jetzt irgendjemandem einen Shoutout geben. Eins. Shoutout am Deutschrap. Okay, stark. Sehr gut gemacht. Ey, dann fangen wir direkt mal an mit der ersten Punchline. Oh Gott, du musst zuhören. Ja, ich mache Money Moves, weil mein Goal die Millie ist. Legende so wie Marilyn, ich bin eine Kämpferin. Ist das Shirin David, Kitty Cat oder Noura? Ähm, es hört sich an wie Kitty Cat. Ich würde einfach sagen Kitty Cat. Okay, dann hören wir mal rein. Ey, ich mache Money Moves, weil mein Goal die Millie ist so wie Marilyn, ich bin eine Kämpferin. Geil. Ich liebe Kitty Cat. Stark, Shoutout auf jeden Fall. Ist auch eine Deutschrap-Legende auf jeden Fall. Ich schwöre, Agro Berlin, geil. Safe. Du kommst auch aus Berlin, hast du gesagt, ja? Ja, ich bin Berlinerin. Ja, nice. Okay, dann kennt man das ja auf jeden Fall. Damit bin ich aufgewachsen mit Kitty Cat. Represent Moabit an der Stelle. Einfach nur, weil Moabit süß ist. Wo kommst du her? Süß, ja, Moabit ist süß. Ich komme aus Moabit Wedding, sagen wir mal so. Ja, okay, perfekt. 21-Session-Level. Deutschrapper reden hinterm Rücken. Mach das bei mir, zwei Tage später gehst du dann auf Krücken. Ist das Haftbefehl Celo Minati oder Schwester Eva? Ähm, diese Krückenlein kommt mir todesbekannt vor, aber... Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber Schwester Eva? Okay, dann hören wir mal rein. Das ist Celo Minati mit dem Song Amda vom letzten Jahr 2022 ist er rausgekommen. Scheiße. Der Song ist echt nice, ich kenne ihn sogar, aber ich meinte ja, das ist ein Krücken-Kolle Bekannt-Reihe. Celo, I'm sorry. Ey, du hast alle Zeit der Welt, kannst du dir auch nächstes Mal nochmal durch den Kopf gehen lassen oder so? Auf jeden Fall. Wir können so oft vorlesen, wie du willst. Okay. Dann geht's weiter mit der dritten Punchline von dir. Auf jeden, bist du ready? Let's go. Die dritte Line geht wie folgt. Ich finde ihn unsympathisch, er trinkt nur Fiji-Wasser, teure Kette um seinen Hals, doch billiger Charakter. Ist das Wassermann, Baby Joy oder Ali Preiss? Das ist Ali Preiss, glaube ich. Bist du dir direkt sicher? Oh nein, wenn du es so sagst, dann ist es falsch. Das ist wieder Lugadi, Leute. Ne, das war gar nicht so gemeint. Lass dich gar nicht von meinen Mindgames beeinflussen. Sag einfach, was du denkst. Ich kann ihn gerne auch nochmal vorlesen. Ja. Auf jeden. Ich finde ihn unsympathisch, er trinkt nur Fiji-Wasser. Billiger Charakter, teure Kette um seinen Hals, doch billiger Charakter. Billiger Charakter. Wasshammer, Baby Joy oder Ali Preiss? Ne, 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 stopp, das ist Wassermann. Ja? Ja, Wassermann. Ja, jetzt loggen wir ein. Ich finde ihn unsympathisch, er trinkt nur Fiji-Wasser. Richtig, ne? Billiger Charakter. Geil. Auch geile Line. Shoutout Wassermann auf jeden Fall. Ja, Shoutout. Äh, okay, ja, ist doch stabil. Hast du dich nicht von mir aus ins Boxhorn jagen lassen, ne? Ja, bist du? Wie man so schön sagt. Okay, vierte Line. Bist du ready? Die Grills sind echt und das ist keine Phase. Was für Einzelgänger. Teile, was ich habe. Christmas dauert 365 Tage. Pashanim, Younghorn oder Simba? Tragen die alle Grills? Irgendwie nicht so. Hab ich irgendwie im Kopf jetzt. I don't know, aber vielleicht... Aber vielleicht geht's auch nur um den Fact, dass sie echt sind. Weißt du? Auch wenn... Ich glaub Simba. Simba? Simba, ja. Okay, loggen wir ein. Die Grills sind echt und das ist keine Phase. Was für Einzelgänger, Teile, was ich habe. Christmas dauert 365 Tage. Du hast drei von vier richtig. Ich wollte gerade sagen. Schau mal mehr als die beiden, die du nur dachtest. Läuft doch. Also du meinst ja am Anfang zwei oder so. Ja. Deswegen, wir sind übers Ziel schon hinausgeschossen. Das ist doch perfekt. Ich meinte zu den, äh, vorhin, ey, das wird glaube ich eine richtig peinliche Nummer hier. Aber, geil. Ist auf jeden Fall nicht so bis jetzt. Ja, lass kein Auge legen jetzt. Aber... Ich muss halt sagen. Fünfte Punchline. Meine DMs sind so voll, melde dich bei meinem Management. Jede Art von Gossip sehe ich einfach nur als Kompliment. Du bist obsessed. Hab ich schon gecheckt. Friss den Bordstein. Sag mir, wie es schmeckt. Ist das Nina Chuba, Dead Dog oder Donna Savage? Das ist Donna Savage. Okay, dann fahren wir rein. Meine DMs sind so voll, melde dich bei meinem Management. Jede Art von Gossip sehe ich einfach nur als Kompliment. Du bist obsessed. Hab ich schon gecheckt. Friss den Bordstein. Sag mir, wie es schmeckt. Du sagst... Nice. Geile Sau. Dritter heißer Song. Ja, geile Line. Ähm, das heißt, du hast drei von fünf Punchlines richtig? Ne, vier. Vier. Oder? Was, das heißt nicht fünf? Vier von fünf hast du. Vier von fünf. Killer. Okay, ich hab ja schon erzählt. Sehr nice. Geil. Dann kommt jetzt die sechste. Schon funny, wie ihr euch alle verändert wegen Money. Bleib Anti, Killer Instinct, aber Augen so wie Bambi. Ist das Ebo, Celine oder Koka? Von Bounty und Koka. Müsste ich eigentlich kennen? Bounty und Koka sind meine Schwestern. Ich glaub, diese Bambi-Line ist von Koka. Ich hoffe. Aber... Ja, doch. Doch, doch. Okay, dann hören wir rein. Bounty und Koka sind meine Schwestern. Schon funny. Wie ihr euch alle verändert wegen Money. Ist von Celine. Der Track heißt CC. Bleib Anti, Killer Instinct, aber Augen so wie Bambi. Oder CC. Scheiße. Aber auch sehr, sehr geiler Song. Celine ist auch krass. Aber ich glaub, Bounty und Koka haben auf jeden Fall auch eine Line mit Bambi-Augen. Deswegen... I'm sorry. Wenn man das immer hat, wenn man dann so sagt, ey, das von meinen Freundlichkeit passt. Ja, scheiße. Voll verkackt grad. Okay. I'm sorry. Ja, okay. Aber läuft ja trotzdem stabil. Ja. Dann kriegst du jetzt die siebte Line. Ist richtig, ne? Ich will nichts vertauschen. Okay, bist du ready? Ja. LV und Fendi Hemd. Während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Second Hand wie Menschen mit einer Armprothese. Ist das AK außer Kontrolle, Lucio 101 oder Ravka Mora? Hm, Second Hand. Vielleicht... Du musst dir die Flows vorstellen, aber das hilft auch immer ganz gut. Ich darf nicht. Scheiße. Aber wenn du das in deinem Kopf mit dir ausmachst, dann ist das auf jeden Fall egal. So. AK, AK. Soll ich schon mal vorlesen? Ja. Okay. LV und Fendi Hemd. Während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Second Hand wie Menschen mit einer Armprothese. Ja, das ist AK. Ja? Ja. Okay. Loggen wir ein. LV und Fendi Hemd. Während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Second Hand wie Menschen mit einer Armprothese. Gangstong... Ah, das ist von In My Benz. Ja. Ich wusste auch nicht, ob er LV oder LV sagt. Deswegen, ich wollte nicht verwirren, aber hat ja geklappt. Genau deswegen wusste ich nicht am Anfang. Auf jeden Fall. Ja, okay. Dann war das wieder eine richtige. Das heißt... Fünf. Fünf von sieben? Ja. Stark. Stabil. Okay, dann kommt jetzt die achte Line. Eure Fames hängen meine DMs ab und machen Moves. Bleibe frech, denn um mich zu canceln, bin ich zu cute. Ist das Alicia Ava, Coca oder Batmums J? Das ist Coca. Okay. Diesmal ist es wirklich Coca. Hundertprozentig. Alles klar, springen wir ab. Eure Fames hängen meine DMs ab und machen Moves. Bleibe frech, denn um mich zu canceln, bin ich zu cute. Stark. Das war auf jeden Fall frech, weil Alicia Ava auch auf dem Track ist. Ja, und ich auch. Auf jeden. Stark. Wenn ich will. Jetzt kommt die neunte Punchline. Aber... Früher zu sechs in einem Toyota. Heute verdiene ich in einem Monat sechs Toyotas. Und lenkt Bitches ins Hotel wie einen Controller. Ist das Samo 104, Forti oder Shiago? Was war der zweite nochmal? Ähm, Forti. Samo 104, Forti oder Shiago? Irgendwie passt es nicht zu Shiago? But I don't know. Manche Sachen könnten trotzdem... Ich glaub... Nee, ich nehm jetzt einfach Shiago, weil es einfach so random ist, oder? Oder Samo? Nee, dann Samo. Okay. Dann hören wir rein. Das ist Forti. Den Track Love is for sale. Ist doch relativ neu. Der ist von diesem Jahr. Okay, aber geiler Song. Aber... Scheiße. Kenn ich nicht. Ich dachte jetzt nicht, dass er so ne... Passiert. Bist du ready für die letzte Line? Okay. Du kannst... Was? Sieben holen, ne? Ja. Ja. Du hast jetzt sechs gerade, ne? Ja. Okay. Okay. Die letzte Line, ich hoffe. Let's go. Okay. Meine Lieblingsdrogen sind mein Leben, Freunde und mein Weed. Ich brauche dringend Therapie, doch niemand gibt mir einen Termin. Ist das Mako, Iron Miles von BHZ oder Layla? Okay, Layla ist es auf jeden Fall nicht. Ähm... Mako? Sagst du? Sag jetzt einfach mal so. Okay, logen wir ein. Spielen wir ab. Meine Lieblingsdrogen sind... Geil. Sehr gut. Du hast sieben von zehn richtig. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich finde das sehr stabil. Thank you. Danke. Hat totales Spaß gemacht. Es war sehr nice! Ja, ich bin sehr stolz! Sehr gut. Ey, das war das Punchline-Quiz mit uns, L mainten of I and Carisma. Danke, dass du da warst. Dat's ich dir sein durfte! Bis nächstes Mal, Leute. Tschööööööööör! Bis zum nächsten Mal.